Hallo lieber Heimwerkerfreund! Heute schauen wir uns an, wie du deine Fassade oder Außenwand alleine professionell mit einem Netz spachteln kannst. So verhinderst du das rasche Abplatzen von fehlerhaften Stellen und hast jahrelang Freude an deiner selbst verbutzten Wand. Im letzten Video haben wir uns ja angesehen, wie wir hier diese groben Stellen verputzt haben. Den Link dazu findest du am Ende von diesem Video in der Playlist. Und heute werden wir die Außenwand mit einem Netz spachteln oder auch Armieren genannt. Dazu benötigen wir zum einen wieder unsere Fassadenklebespachtel und zum anderen unser Armierungsgewebe oder Fassadennetz. Als erstes geben wir immer das Wasser in den Kübel. Ich empfehle dir eine professionelle Fassadenklebespachtel wie zum Beispiel diese hier in der Körnung grob oder mittel. Wenn du das Anrühren der Fassadenklebespachtel dann öfters gemacht hast, weißt du ungefähr, wie viel Wasser du für einen Kübel Klebespachtel benötigst. Wenn du das zum ersten Mal machst, empfehle ich dir einmal weniger Wasser zu nehmen und immer kleine Mengen von der Fassadenklebespachtel in den Kübel hineinzugeben und mit dem Farb- und Mörtelrührer umzurühren. So kann es dir nicht passieren, dass in deinen Kübel irgendwann nichts mehr hineinpasst, die Konsistenz deiner Fassadenklebespachtel jedoch viel zu dünn ist. Ich teste das gerne immer mit der Kelle. Die zweite wichtige Komponente ist eben das Fassadengewebe oder Fassadennetz. Links aus dem Baumarkt mit einem Meter Breite und rechts ein professionelles Fassadengewebe mit einem Meter Zehn Breite. Wenn es möglich ist, empfehle ich dir das breitere Fassadennetz, da du hier weniger Überlappungen erhalten wirst. Nun kleben wir auch schon alle Flächen ab, die wir nicht mit Fassadenkleber anpatzen möchten. Mit einer 10 mm Zahnklettkelle tragen wir auch schon den Fassadenkleber auf, wo wir das erste Fassadennetz anbringen möchten. Keine Sorge, du siehst das gleich alles noch einmal im Detail bei einer Nahaufnahme. Bevor wir starten, machen wir uns Gedanken, wie wir jetzt gleich die verschiedenen Bahnen aufbringen. Wir müssen bedenken, dass das Armierungsgewebe immer circa 10 cm mit dem nächsten überlappen muss. Ich bin mit einer horizontalen Bahn unten gestartet. Und zwar hatte das den Grund, dass die Pflanzen bereits begonnen hatten auszutreiben und ich diesen Bereich einfach fertig haben wollte. Als nächstes habe ich die Bahnen am Gerüst von rechts nach links gemacht und zwar genau so weit hinunter, dass ich anschließend mit einer horizontalen Bahn alles abdecken konnte. Ich wollte einfach zwischen dem groben Verputzen und dem Netz einspachteln nicht jedes Mal das Gerüst umstellen. Und außerdem geht es ja in diesem Video darum, wie du diese Arbeiten alleine durchführen kannst. Zu zweit könntest du die Bahnen einfach von oben nach unten machen, einer spachtelt oben und einer anschließend unten das Netz ein. Wie so oft gibt es auch hier verschiedene Wege, die zum selben Ergebnis führen. Da mein Armierungsgewebe leider nur 100 cm breit war, habe ich den Kleber immer 90 cm weit aufgetragen, damit ich 10 cm Überlappung habe. Und nun konnte ich das Gerüst weiter rücken, da ich hier rechts oben fertig war. Als nächstes habe ich am Gerüst die groben Stellen verputzt, sodass diese in der Zwischenzeit wieder trocknen konnten. Aber wie gesagt, das Verputzen der Fassade siehst du im Detail im letzten Video. Wie versprochen siehst du den Vorgang jetzt bei der zweiten horizontalen Reihe im Detail. Wir kleben also die angrenzende Fassade ab, feuchten die Wand und die Übergänge wieder ein wenig an, das kann nie schaden und halten das Fassadennetz an oder legen es am Boden auf und schneiden es ab. Jetzt tragen wir mit der 10 mm Zahnglettkelle die Fassadenklebespachtel auf. Dadurch, dass du die Zahnglettkelle beim Auftragen der Klebespachtel schief hältst, lässt du nur circa halb so viel Material auf der Wand, als deine Zähne lang sind. Das bedeutet, bei einer 10 mm Zahnglett Spachtel tragst du circa 5 mm stark die Klebespachtel auf. Wir haben hier einen Zwischenraum von 80 cm gelassen, sodass das Netz oben und unten 10 cm überlappen kann. In den Ecken drehen wir unsere Zahnglettkelle und tragen ebenfalls gleichmäßig den Fassadenkleber auf. Nun legen wir das Fassadennetz an die Wand und fixieren es hier einmal mit der Glättkelle. Wenn du das Netzspachteln noch nicht allzu oft gemacht hast, empfehle ich dir hier eine glatte Glättkelle, das heißt ohne Zähne. Du wirst schnell merken, dass dieser Arbeitsschritt ohne Zähne leichter funktioniert, da du mit den Zähnen oft im Netz hängen bleibst. Wir glätten die Fläche so schön wie möglich und achten darauf, dass wir alle Falten beseitigen. Natürlich dürfen wir mit dem Netz auch nicht schief kommen. Achte hier auf jeden Fall darauf. Wenn dich diese Dinge rund um die Hausrenovierung interessieren, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Sollte nun eine Klebespachtel auf eine angrenzende Wand oder ähnliches gekommen sein, kannst du sie ganz einfach mit dem Gartenschlauch wieder abwaschen. Sollte es jetzt Stellen geben, wo zu wenig Fassadenklebespachtel verfügbar ist, tragen wir erneut eine auf und glätten darüber. Wir glätten die Fläche so schön wie möglich. An den Übergängen und in den Ecken kannst du nochmals mit einem feuchten Pinsel darüber glätten. So erhältst du ein noch schöneres Ergebnis. Über Fenster oder Türen lege ich immer zusätzlich ein zweites Fassadennetz ein und zwar versetzt um 45 Grad. So verhinderst du etwaige Risse, die an diesen Stellen oft entstehen. Wie das hier bei den Ecken der Fenster funktioniert, siehst du im Video Kantenschutz anbringen. Auch dieses findest du am Ende von diesem Video in der Playlist. Genauso habe ich das jetzt auch weiter bei der restlichen Außenwand gemacht. Und nun siehst du die fertig gespachtelte Fassade. Wenn du jetzt wissen willst, wie auch du alleine diese fast vier Meter hohe Wand im nächsten Arbeitsschritt verputzen kannst, dann klicke hier rechts oben auf das Video. Rechts unten findest du wie versprochen die komplette Playlist. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, ciao!